Helmut Haller, wir sehen uns beide in jedem Jahr nur etwa ein, zwei Mal. Sie können sich vorstellen, dass Sie in der Zwischenzeit immer wieder viele neue Fragen ansammeln. Die wichtigste im Augenblick, wie lange sind Sie noch beim AC Bologna unter Vertrag? Also mein Vertrag läuft ab am 30. Mai 1966. Also praktisch noch die ganze nächste Saison. Nächste Saison, jawohl. Sieht Ihr Vertrag im Wortlaut etwa so aus, dass Sie selbst eine Chance sehen, aus diesem Vertrag einmal herauszukommen, dass Sie ein deutscher Club wieder zurückkaufen kann? Ja, also ich glaube schon, dass Sie da irgendwie eine Hintertür finden, aber das muss man alles im Einvernehmen mit dem Präsidenten machen. Sie meinen auf gütlichem Wege? Auf gütlichem Wege und wenn ich Ihnen verspricht, dass ich jetzt nächstes Jahr noch eine tolle Saison bringe, ich glaube, dass wir die dann für das mögliche Geld freigeben können. Ich denke mir aber, dass Sie im Moment ja fast eine Million im italienischen Fußball wert sind, Helmut. Ja, im Ding in Italien schon, aber hier in Deutschland, ich weiß nicht, wenn die 200.000 Mark verlangen würden, das wäre das allerhöchste. Dazu müsste natürlich der deutsche Spielermarkt frei werden, denn Sie wissen genauso gut wie ich, im Moment kann ein deutscher Fußballclub beim Einkauf nur 50.000 Mark Ablösesumme zahlen. Haben Sie nun aber auch die Möglichkeit, sagen wir mal, Ihren italienischen Verein etwas unter Druck zu setzen mit der Drohung, Sie werden einfach Amateur? Ja, da ist eine Klausel drin, und zwar, wenn mein Vertrag abläuft, dann habe ich die Chance, dass ich sage, ich möchte nach Deutschland zurück, ich höre Fußball auf, dann werden die denken, ja, das wird der nie machen, weil da spiele ich zu gern Fußball, aber ich kann nur das machen, weil ich nie mehr spielen will in Italien. Dann werde ich zwei Jahre gesperrt und nach diesen zwei Jahren bin ich Amateur und dann kann ich hingehen, wo ich will und die bekommen keinen Pfennig Geld für mich. Eben, das ist nämlich genau, das meinte ich mit der Drohung, denn wenn Sie als Amateur den Verein wechseln, dann bekommt der AC Bologna nicht einen Mark. Nicht einen Pfennig, ja, und das werden Sie bestimmt überlegen. Gut, wir hoffen natürlich, Helmut, dass Sie gar nicht diese Drohung aussprechen müssen, sondern dass es wirklich einen gütlichen Weg mal geben wird. Wie steht es denn nun? Ich habe so ein bisschen aus Ihren Worten herausgehört, Sie möchten gern nach Deutschland nach Haus, wieder nicht? Ja, ich möchte gern wieder nach Deutschland und mir schwebt auch vor, wenn das klappt, dass ich nach München gehe, weil ich habe ein gutes Publikum drüben und ich habe die letzten Jahre immer gut gespielt und Sie mögen München also? Ja, ja. Und vor allen Dingen ist es ja fast Ihre Heimat Augsburg, München, wie weit ist das? So ein 60 Kilometer, das wäre kein Problem. Das meine ich noch, dazu haben Sie ja einen ganz schnellen Sportwagen, habe ich gesehen. Ja, bis dahin werde ich den nicht mehr haben. Nun wollen wir doch ein bisschen auf den deutschen Fußball zurückkommen. Ich kann mir vorstellen, dass Sie die Zeitungen ganz genau verfolgen. Was meinen Sie denn, wer hat die größten Chancen, deutscher Meister in der Bundesliga zu werden? Also ich verfolge es ja nur durch die Zeitungen. In Italien bekomme ich die Zeitungen immer einen Tag später, aber ich glaube, dass die zwei bayerischen Vereine, der Club und 60, dass für mich die zwei das Rennen machen. Auch in dieser Reihenfolge? Ja, das kann man nicht genau sagen, aber ich hoffe, einer von denen zwei ist bestimmt dabei. Und 1860 steht ja noch im Europa Cup. Sie waren im vorigen Jahr mit dem HZ Bologna dabei, Sie kennen sich aus in dem Milieu. Glauben Sie, dass die 60er eine Chance haben, ins Finale zu kommen? Ja, also ich rechne auf jeden Fall. Und zwar, ich glaube, die 60er würden lieber spielen, wenn es noch bis Mai Schnee wäre. Weil das ist hier, im Schneeboden sind die so unwahrscheinlich. Und ich glaube, da würden die ganz weit kommen. Nun findet heute Nachmittag, denn dieses Interview, was ich hier mit Ihnen mache, ist ja am Samstagmittag in Augsburg, findet heute Nachmittag das Spiel der Italiener gegen die Deutschen in Hamburg statt. Wenn es läuft, das Interview in der Sendung im Fernsehen, dann ist Montag, Helmut Haller. Wir können uns also beide jetzt blamieren. Wollen wir trotzdem einen Tipp riskieren? Ja, also ich gebe, mein Tipp ist, das kommt auf die Witterungsverhältnisse drauf an. Ich weiß nicht zurzeit, wie es weiter ist in Hamburg. Aber wenn es ein bisschen gefroren ist oder ein bisschen Schneeboden, dann siege ich für die Italiener schwarz, weil wir dürfen ja in Italien nicht auf Schneeboden spielen und die sind das überhaupt nicht gewöhnt. Aber wenn die, wenn die Italiener einen trockenen Boden haben, dann schätze ich, dass für die Deutschen also nicht mehr reicht, als wir zu einem Unentschieden. Wollen wir genau einen Zahlenmäßchen Tipp sagen? Was meinen Sie, wenn es normale Bodenverhältnisse in etwa gibt? Ich sage 2 zu 1 für Italien. Gut. Und ich muss, ich darf genauso nicht feige sein wie Sie, ich muss auch Farbe bekennen, ich sage unentschieden 1 zu 1, jeder blamiert sich so gut das kann. Ich wünsche Ihnen jedenfalls noch schöne Tage, gute Monate, vor allen Dingen fußballerisch in Italien, dass Ihre Wünsche sich erfüllen, auch im Interesse der deutschen Fußballgemeinde. Alles Gute, Helmut. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.